Musik Und wir begrüßen unser Team, den TSV Gießen 48 Hildesheim, mit der Nummer 1, Stefan Müll. Mit der Nummer 2, Johannes Gottschall. Mit der Nummer 3, Marius Appel. Mit der Nummer 4, heute das erste Mal dabei, aus der zweiten Hand, Tobias Pönigas. Mit der Nummer 5, unser Kapitän, Hauke Wagner. Mit der Nummer 7, Christoph Aschemann. Mit der Nummer 8, Daniel Bremer. Mit der Nummer 9, Christoph Meister. Mit der Nummer 10, Martin. Mit der Nummer 11, Sascha Kutzea. Und mit der Nummer 14, Richard Lütje. Und wir begrüßen natürlich ganz herzlich heute Abend hier, Bruno Rolf-Peter Wagner als Trainer. Applaus Anיתי Gity's 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 Gility's Gille Rekord! Auf gut. Schaut! Ein Stürmer! Wir sind drauf. Klesschewitz ... Das war's! Da fühlt sich nur noch keine Probleme. 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 Da fühlt sich nur noch die racere Zeit. Erwachen und losgetanlen! 보실 sich ganz gut! Wir alle waren im Standrill. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja.